Da sind wir wieder. Hier ist ein Quest. Parfurbolks. Die hab ich ja am liebsten. Ich finde das Quest vielleicht. Komm, wir löschen Feuer. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh, ich hab ihn einmal gefunden. Wo, wo? Im Inventor. Doch, Keule, du kannst das, ne? Ich wär der beste Löscher der Welt der... Aber 15 Feuerläschen? Was explodiert hier ständig? Ich wär mich an das Halloween-Event. Ein Goldschein, ja. Das war cool. Auch wenn man es niederschen könnte. Das werden wir euch auch zu erinnern, übrigens. Bald ist Halloween. Mensch, was ein Zufall, Parker. Das war nicht von uns geclanscht. Es ist einfach passiert. Because we are outside. True. True. Ich werde dieses Haus endgültig löschen. Auslöschen. Es ist zu weit weg, ja. Moment, ich treffe hier nicht ein einziges Feuer. Das Haus ist safe, you guys. Obelungsmaschinen. Die sind völlig wichtig. Ich... Yo, you guys. Was macht ihr so am Halloween? Willkommens. Also wir gehen ja in den Movie Park Germany. Zum Halloween Special. Da waren wir auch vorletztes Jahr. Und das war totally awesome. Das war stimmt. Letztes Jahr war ich in irgendeiner Kacke. Da war Scooby im Dreck. Wahrscheinlich sogar Wartwärtel. Man muss ja auch so... Ah, ich muss mal meinen umhören. Ich habe ja einen Comment erhalten. Einen Comment erhalten. Hahahaha. Da haben wir durchgezählt. Sind wir alle vier da? Uh. Hm. So, Mars Eye ist fertig gegessen. Weiter geht's. So, wie schießt man diese Vandalen ab? Du musst schon diese schnicken Maschinen einschneiden. Nice. Haben auch eine gute Kadenz müssen sie haben. Oder die Fahnen? Ich weiß nicht, wie man da verlieren kann. Oh, das ist die Fahnen. Wusste ich nicht. Schießt deine? Mhm. Ja, ich verstehe nicht, welche Tasten das bei mir ist. Ich muss klicken. Ja. 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 überhaupt. Das müsste bei mir Ziffer 1 sein. Das ist es nicht. Bei mir? Auf den Desktop geraten. Ja. Du musst jetzt für mich abschießen. Ja. Ja. Das ist die geschossen. Ja, die dreht auch immer so klar. Aber da kann man wenigstens mit einer Sache drehen und mit der anderen schießen. Man muss mit der einen Sache drehen und mit der anderen schießen. Ja. Sobald man es nicht mehr hat, ist es einfach ein Privileg. Boah, denke ich, denke ich. Ich muss Prefirm an. Denke ich. Cool, haben wir nicht schon alle? Nee, du, die haben für mich nicht gezählt. Ach ja. Nee, cool, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Okay, 10 Grad rechts. 30 Grad hoch. Feuer frei. Nice. Ich wohne, Daniel, hätte ich das nicht geschafft. 15 Grad links. 50 Grad hoch vielleicht. Feuer frei. Wir schießen aber auch straight bis ins Universum. Ich höre das andere links. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Kann ich dir die markieren? Mensch, ich sehe sie doch. Ich sehe sie. Na, scheinbar ja nicht. Aha. Befehlsverweigerung, Soldat. Ich habe Bauchschmerzen. Wie konnte das bei einem Eis passieren? Es liegt nicht am Eis. Ich habe danach noch einen Schluck Wasser genommen. Geeignet für eine natriumarme Ernährung. Aber auch. Nein. Du sollst doch keine natriumfreie Nahrung zu dir nehmen. Gucken, was mich hier noch umbringen könnte. Kalium, sehr positiv. Nicht viel, aber sehr positiv. Oh, eine Balance zwischen Calcium und Magnesium, die hast du da nicht gesehen. Ich habe es geschafft. Finally. Meine Bauchschmerzen werden auch schon besser. Bitte. Oh Gott. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich nehme mir Maximum Money Output. Wir sind übrigens nicht in einer Party. Wahrscheinlich hat es deswegen nicht gezählt. Oh mein Gott. Ich nehme mir пять. Ich nehme mich nicht in der Party. Oder bin ich in einer Party. Ich bin nicht in einer Party. Ich bin jetzt in einer Party-Kollung. Aber ich bin das in einer Party. Es ist wieder soweit? Es ist immer soweit. Ich geb mir ja auch Mühe und stuff, aber... Ich bin falsch abgebogen. Man, man darf dir nicht folgen. Dasselbe könnte ich von dir behaupten. Ich dachte an wenigstens nicht, ich weiß, wo es ist. Nein! Du sagst sogar... Ach Scooby, was ein Drecksschwachsinn. Hier gehts dauernd ein. Dot-Palette. Boah, hier ist ein Questgegenstand. Komm, der ein Quest auslöst. Hier, was explodiert wird ja immer wieder. Ich hab's gefunden. Num 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 num. Los. Ist das der gleiche wieder? Ich will nämlich, warum der nicht wechselt. Der war's wechselnd? Ich hab'n Gürtel aus so'n Beutel genommen. Und er hat nicht gewechselt. Guck mal, er hat nicht gewechselt. Aber es war doch derselbe Gürtel. Es war nur der gleiche. Ich glaub' es war derselbe. Nein, ich hatte den einen doch an. Wie kann da derselbe noch in meiner Tasche sein? Guck mal, wenn's aber der gleiche ist, ne? Wie kann es dann nicht gewechselt haben? Ach, Gott. Es sah nur zum Schein. Also so einfach kommst du mir hier nicht hin. So zum Schein so aus, als hätte es nicht gewechselt. Ach, verarschest du nicht? Es war nur zum Schein. Soldat, Lügen macht die Sache nicht besser. Nur zum Schein. Lügen zum Schein sollte nicht sein. Sagte kein. Trink wieder einen Schluck Wein. Wein hält Körper und Seele rein. So sagte kein. Un-unfit, ne? Un-unfit, ne? Wow, 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 eine Zinn, Alter. Kannst du Zinn? Ich kann's immer noch nicht. Blup. Nam, 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 nam. Spinne. Ähm, hm. Na, Joga, jetzt fällt's euch wundert, wann wir immer was machen. Eben grade haben wir versucht Hellgate zu spielen, ne? Ja. Toske pennt jetzt gerade übrigens in dieser, dieser, dieser Stunde. Na, die, die pennt Toady. Und wir sind hier zurückgelassen. Ähm. True. 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 Kannst du mir vorstellen, weißt du, wie, wie, wie das Arena-Bild dann aussieht. Nur die Schröder sind durch die Gegend, so. Oh, wir haben alle. Ja. Ähm. Ja, das, tu. Na, ist dann, im, im, relativ früh benutze ich dann schon mein Portal. Dann bleib ich in Deckung, um den Cooldown so lange wie möglich, äh, schon mal ticken zu lassen. Kann man mal wieder hoch? Ist da oben noch? Ja. Okay. Oh, ein Zinn, Alter. Ich brine das mal ein bisschen über, ne? Weil in der Zeit, wo ich nicht töte, mach ich keine Erfahrungen. Oh, welch interessanter Weg sich hier offenbart. Ich weiß nicht, Colby, wenn du sowas sagst, klingt das immer komisch. Und ich meine nicht witzig. Ah, ich weiß jetzt auch schon warum. Das ist vielleicht ungefährlich. Lass mich zuerst springen, du kannst wiederbeleben. Ah, tsch- tschüss, Colby. Hup, Zinn. Na, wer hält's hier mit weniger Erscheinung oder so? Zehn? Du kannst es doch schon? Nee, ich wollte nur sagen, dass es hier ist. Aha. Das ist mich doppelt in die Irre geführt. Doppelt. Nicht dreimal. Hab ich dich dann nicht wieder auf den rechten Pfad gebracht? Hm, nein. True. Blum. Thanks for healing, mate. Cool, man. Just, just, just cool. Just, just, just chill the fuck off. Laser eyes. Das muss ja hier sein. Verdammt. Ich kümmere mich um den Burschen. Vier. Ja, du bist doch selbst noch ein Burschen. Hab überlegt, wenn das Studium anfängt, träg ich der Burschen schon auf, wenn ich ein Gay-Piet bin weil. Ja. Da kann ich mich nicht mehr mit dir sehen lassen. Ja, miss wissen. Scooby's studiert jetzt. Und was? Noch studier ich nicht. Äh, Politikwissenschaft, you guys. Bachelor of Arts. Oh shit. Oh shit. Ich hab mich. Ich hab mich immer schon näher als Künstler gesehen. Ich hab mich immer schon näher als Künstler gesehen. Oh Gott, sei da. Oder hier wieder. No problemas. Seelenstein. Oh nice. Warum werd ich Insta das Target? Werd du angeweist. Also irgendwas stimmt dir nicht. Aber meine Dots haben jetzt die sogenannte Fire and Forget Stärke rein. Was so viel heißt wie das Your Music will. Ja. Das würde ich aber nicht unterscheiden. Ich frag dich. Ähm. Nein, ich möchte nicht mit einem Feral im Arena Team spielen. Oh. Was fucking overpowered. Aber. Mit drei Afflictions. Okay. Oh mein Gott. Ist das ein Farmgebiet? Was ist das? Ich hab's voll nicht gesehen. Oh shit. Aber pfff. Oh shit. Wird das nicht so viel. Oh shit. Ich hab's mal gemeldet. Ähm. Da muss ich es selber tun. Ich repräsiere. Du meinst, Todesodom ist ein guter Kombo-Partner. Irgendwie muss es so sein, ne? Also, irgendwie schweren die Leute auf diese Kombo. True. True. Aber ich weiß nicht genau, was ein Todesodom so vieles besser kann, als zum Beispiel ein Krieger. Du sollst die wegziehen. Wildstahlblumen, kannst du die? Oder ich sehe die Blumen vor lauter Wälder nicht. Vor lauter Dohorts. Ich weiß nicht, dass es aber nicht. Ich kann mir gucken. Ja, aber man muss auch bedenken, das ist gegen, zum Beispiel, ja? Feral, Rogue und Krieger. Ne, kann ich nicht. Ich bin gar nicht so stark, wie man ihn jetzt meint. Was? Wegziehen. So. True. Aber wie, wie stellst du dir das vor, da ordentlich Damage machen zu können? Wie stellst du dir in irgendeiner Kombo, die possible ist, bei uns vor, dass ich übrigens Damage mache? Mit dem Krieger? Ist doch voll easy. Die Kombo haben wir aber nicht zur Verfügung. Ach so, du meinst mit dem Krieger? Ach so. So, ja. Ähm, 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 guck mal, da ist ein Baum. Oh, wie bekäßt. Ähm, guck mal, ähm, ich, ich muss mir einfach irgendwie schaffen, dass ich die Pro-Suche habe. Hier ist eine Schildwache. Wenn das jetzt irgendein PC ist, der finde ich zu cool ist, ne? Hab ich jetzt eigentlich alle? Nee. Ich baue noch Waddle of Wildfire. Irgendwas machen? Die Mondenpolsal, wo kriege ich das denn jetzt? Was müssen denn hier machen? Hast du das, Kerstin? Oh, Wildfireflasche. Oh. Er glätzt ja etwas, ja. Oh, das ist so ein, äh, Super-Lieb-Typ. Oh, was, Kölner? Er, er macht Damage. Vier. Ich hätte, ich ein Leck. Kölner hat es so ein Leck. Kaum wegzudenken. Aber trotzdem. Vollkommen zu vernachlässigen. Ey, Entschuldigung. Oh, das Gebiet ist scheiße. Ich bin hier weg. Bitte, wir brauchen hier noch mehr. Was brauchen wir denn noch? Wie kann das denn sein? Siehst du schon einen Leichnam? Mhm, Kölner. Dann bin ich, dass du ihn nicht siehst. Oh, shit, man. Der Mann ist riesig. Die Mondentore verschlossen. Oh, mir ist das so voll. Jetzt verbrennen wir ihn doch. Ich, ich, ich tue es. Boah, Inferno. Was habe ich getan? Das ist der lösen Baum angezündet. Ist in der Realität hätte ich Angst, dass das zwar mein Auftrag ist, aber er mir eigentlich noch hätte irgendwas sagen sollen, um irgendwie den dunklen Fürsten der Unterwelt zu besiegen oder so. Eure einzige Chance ist Feuerschlag. Ach, das ist sein Geist. Sein Geist hat uns es gesagt. Jetzt kannst du ihn fragen, ob er vielleicht noch was vergessen hat. Oh, awesome. Hätte ich ihn gefragt, wäre der Geist nicht mehr. Oh Gott, wollen wir auf jeden Fall sicher gehen? Jetzt werde ich es dir sagen. Eure einzige Chance ist... Seelenbrand! Das ist alles zu low hier, Vernes. Ähm, ja. Ist es wirklich? Für mal Weltraum machen. Ich trage uns ein. Ähm, Arati oder... Warzone-Koll-Level-Up. Ähm, hm, 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 hm. Mach mal, Arati. Komm, wir fahren nach Astana. Können wir holen, holen, greifen? Weil du bist heute der Mitteil in das Video. Oh, ich bin der Sackgasse gefahren. Ich habe ein neues Talentpunkt verfügbar. Zwei sogar. Ähm, hm. 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 Hm, der Talentpunkt, das Talentpunkt. Okay. Hm. Ich war mir doch selbst nicht mehr sicher. Hm. Hm. Ich war mir doch selbst nicht mehr sicher. Hey! Oh, hi! Warte mal! So muss eine Garry von dem Spiel aussehen! Wo wollen wir hin? Astronaut!